hallo 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 hier ist ein neuer sportvlog heute mal von einem sportplatz ich bin heute joggen warum ich auf dem sportplatz bin erzähle ich gleich ich laufe heute auf dem sportplatz rum weil ich beim letzten jogging so tierische knieschmerzen hatte da bin ich auf so einem asphaltierten feldweg gelaufen das war kacke für mein knie obwohl es getaped war und jetzt auch ist probiere ich mal den weichen untergrund hier auf dem schönen kunstrasen in niederseelbach sv niederseelbach das ist mein verein ja und gucke ich mal dass ich hier auf dem auf dem kunstrasen meine bahn ziehen kann das ziel ist eine stunde mal gucken ob es knie mitmacht das merke ich relativ schnell und dann sehen wir weiter ja das war es leider schon zehn minuten jogging knie tut weh also jogging ist kacke ätzend hier ist das knie wo ist es hier kann man sehen das ist zwar getaped aber ich mache jetzt noch ein paar übungen ein bisschen workout damit es nicht ganz umsonst war was ich hier dass ich hierher gekommen bin und dann hat sich die sache fuck ich muss zum orthopäden das wollte ich verhindern naja also das das training geht aber weiter so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.